Das ist eine altbekannte Map Ich mag den Typen, den ich gerade habe Da habe ich da gerade jemanden fliegen sehen What the fuck Oh, jetzt kommen sie wieder hier mit dem Rush Und jedes Mal bin ich an die weitesten Stellen, die man kriegen kann Ganz am Ende der Map Sehr ärgerlich So, den habe ich gekillt Mit der Pistole in den Bauch Was ist das? Ach, die werden dann glaube ich vom Alien entführt, ne? Ja, tatsächlich Das ist neu, das ist lustig Aber wie oft jetzt diese Aliens kommen Ich habe mich ein bisschen überrascht Hm, habe ich mir schon fast gedacht Was die natürlich jetzt mega angreifen Leider kann ich keinen weiteren Schaden hier auf das Ding machen Leider kriege ich auch von nirgendwo mehr als C4 Das kann doch wohl nicht wahr sein, ehrlich Haben die nicht aufgepasst? Meine Güte Ja Chaka Ja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Danke, dass du mich reparierst. Sehr nett. Well Rock, sei gegrüßt und danke für deine Hilfe. So, weg mit dem. Aber es ist ja ganz nett, wie wir hier als Orca hier die Basis momentan halten. Ich bin hier fest. Ja, ich kann gerade wieder nichts machen. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Tja, wenn sich da niemand um kümmert, ach, leck mich doch am Arsch. Ich kann hier nicht alles alleine machen. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe keine Raketen, ne? Der hat aber überhaupt nicht nachgeladen von alleine. Cool. Ich bleib da aber nur einfach stehen. Ich kann gerade nicht schießen. Oh Mann, die kriegen ja gerade richtig in die Fresse. So, leicht nachladen, damit ich nachher schießen kann. Vor allem, wenn er nicht nachlädt. Machen wir das halt. Ich werde übrigens, ich glaube, das habt ihr schon festgestellt, einfach mal so eine An- und Abmoderation in den Cut setzen. Weil ich kann das sonst mit der Aufnahme schaffe ich das nicht, so wie ich es gerne möchte. Dann bin ich mitten in den actionreichen Szenen und sowas. Und deswegen müsste ich hier Pause machen während des Spielens, damit ich hier... Das schaffe ich jetzt gerade nicht. Dementsprechend verzeiht mir das. Tutorials vorabschieden. Jetzt reicht es weiter. Ich würde es, ich würde es, ich würde es, ich würde es machen. Ich würde es, ich würde es, auch mal so wie ich da... Oben drauf natürlich, keine Chance. Ich hab den noch gekillt, aber... Ja, die rushen jetzt einfach mit den ganzen Fahrzeugen, die haben das Geld und so, da können wir nichts gegen machen. Wo sind die Helis? Ich hör sie. Dann komm du gegen mich. Nur du. Niemand anders. Ah, der hat sich wieder eingemischt. Der auf zwei Rädern fährt. Ach ja, ist... äh, natürlich. Nachladen. Nachladen. Gegner suchen. Ach, und da kommt schon der nächste Rush. Ich seh das doch schon. Hm. Tja, wir sind jetzt nur noch am Verteidigen. Ich glaube, das haben wir mehr oder weniger verloren. Ach, guck mal. Unten steht ja die Zeit für diese Map. Wir spielen schon wieder fast 50 Minuten. Oh. Was? Erwe e.v. Was heißt denn das? Ja, einer müsste down sein, ja. Ja. Aber ich hab ja gesagt, wir haben ja keine Chance gehabt. Puh. Puh. Das war jetzt bestimmt die Angst haben, ja, ja. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich das schneiden werde, wenn das Zeit... Also, situationstechnisch ein bisschen passt. Puh. Na, würden wir sagen, schaffen wir noch eine? Ja, komm, ich spiel noch eine. Wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich jetzt erstmal die An- und Ab-Moderation weglasse. Ich hoffe, das ist, äh, ist okay. Wenn ihr das absolut scheiße findet, muss ich mal gucken, wie ich das zukünftig mache. Aber, ähm, ich achte mal auf eure Kommentare. Wie gesagt, ich mach das jetzt in dieser Aufnahme-Session mal ohne, weil ich hab das beim Anfang schon verpasst. Und, ach, das wäre mit dem Schneiden jetzt mit An- und Ab-Moderation so extrem kompliziert geworden. Und ich hoffe, ihr seid noch, wenn ihr sagt, okay, ähm, wir möchten das trotzdem gerne haben, achte ich zukünftig ein bisschen mehr da drauf. Nur bei dieser Aufnahme-Session ist es nicht so. Schreibt's gerne in die Kommentare, An- und Ab-Moderation. Ja, nein, könnt ihr darauf verzichten, oder sie muss sein. Und bitte schreibt das wirklich drunter. Ansonsten, wie gesagt, hab ich ja keine Referenz. Wenn sich niemand meldet... Oh, fängt das Lied furchtbar an. Oh, fängt das Lied an. Auf geht's. Ich schieße und es passiert nichts. Ja, das hat er davon, die alte Drecksau. Ich bin so frei, ich sag das. Ich bin so frei, ich bin so frei, ich bin so frei, ich bin so frei. Ich bin so frei, ich bin so frei, ich bin so frei. Ich bin so frei. Ja, das gab ein bisschen Money. Ja, so heißt der nette Herr. Der kam nämlich jetzt gerade vorbei. Dachtest du dir so, Puppe? Ich hol mir das Create. Und auch nicht. Doch, ich hol es mir. Gucken wir, ob ein Alien mich entführt. Mega. Ich habe auch ein Glück, sage ich euch. Ich schieße, ne? Ich drücke die ganze Zeit zum Schießen. Passiert nichts. Also interessant, dass die Raketen unter ihnen explodieren und ihn gar nicht treffen. Guck mal, die kriegen kaum Schaden von mir. Also irgendwie sind die Fahrzeuge schlechter geworden. Zumindest gegen Infanterie sind die deutlich schlechter geworden. Ich meine, so eine Rakete... Hm. 10% Schaden pro Abschuss, okay. Guck mal, ich schieße die ganze Zeit den, kriege ich nicht klein. Zivil müsste dran sein. Ganz schön anstrengend gerade. Ganz schön anstrengend gerade. Cool, ich habe kein C4. Ich kann nicht schießen, ich drücke die ganze Zeit. Was ist denn das heute für eine Scheiße? Das ärgert mich gerade, dass ich hier drücke wie wild und es passiert einfach nichts. Und dann vielleicht kann ich sie weglocken. Wäre super. Mega, jetzt bin ich aber abgeknallt worden. Tja, das habe ich aber mega verloren. Also das mit dem Drücken ärgert mich. Und ich gucke jetzt erstmal, was das ist, ob meine Maus vielleicht nicht ganz okay ist. Vielleicht merke ich das ja irgendwo anders noch beim Spiel. Ich muss mal gucken, was das ist. Ich checke jetzt erstmal die Hardware. Starte auch mal meinen Rechner neu. Vielleicht liegt das hier daran. Batterien weiß ich nicht. Sehen bis jetzt nicht. Also sie blinken nicht rot und nichts. Ich gucke erstmal, was mit der Maus los ist. Oder ob es, wie gesagt, im Spiel das Rechner neu startet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Hilft mir zu wissen, ob euch das gefallen hat. Ist also kein Scheiß. Ich sage das nicht nur so, sondern wirklich. Es hilft wirklich. Hat den Leuten eine Folge gefallen oder nicht, sehe ich an Daumen nach oben. Und wenn die Folge interessant oder begehrt war, sehe ich es an den Klickzern. Also Daumen nach oben lassen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.